Ich hab dir gesagt, dass ich zu dem Festival in Schweden will. Hör mal, ich hab überhaupt nichts dagegen. Du hättest es mir einfach sagen können. Das ist alles. Ich hab Danny eingeladen, mit nach Schweden zu kommen. Christian sagt, er hätte etwas ganz Besonderes geplant. Es ist ein verrücktes Festival. Ungewöhnliche Zeremonien und Kostümierung. Das klingt cool. Willkommen und eine fröhliche Sonnenwende. Skull! Wie spät ist es? Neun Uhr abends. Das kann nicht sein, es ist taghell. So ist es hier um neun Uhr abends. Was denkst du? Es ist wie eine andere Welt. Morgen ist ein großer Tag. Wird es gruselig? Was ist das? Es hat eine besondere Wirkung. Was passiert mit mir? Wir müssen uns nur darauf einlassen. Ich will mich nicht darauf einlassen, ich will weg. Auf gar keinen Fall. Was ist los hier? Wieso habt ihr uns eingeladen? Du hast es von Anfang an gewusst. Das passiert nur alle neunzig Jahre. Ich wollte vor allem, dass du dabei bist.